ich habe dabei genießt ja also ein bisschen rein dann ein bisschen kreisen und dann richtig eindünnen in der flüssigkeit und dann drauf tropfen lassen ich habe das halt oft genug machen macht es sehen bei so einer rotznase nachher ich finde es voll witzig so alle arbeitskollegen sind voll nah zu mir hergegangen und ich so junge ich stehe aus dem grund von der weg ist ich glaube wir wollen alle krank werden ich meine nicht ja eine davon hat mich dann wirklich gefragt so hier kannst du mir nicht immer dessen wussten und ich such dir deine eigene solche ich glaube ja wohl jetzt muss ich das heile machen ja jetzt nur so ein bisschen abgelaufen ich kann autos auseinandernehmen was haben dieses gilt ich habe schraubenschlüsse gefunden was geht ich denn als nächstes eigentlich müsste ich fahre sexueller tyrannosaurus machen was ist das eigentlich ausdauer ich gehe jetzt auch sexueller ich halte ich nicht auf nein aber du musst schießen ich mache habe übrigens muni für dich aber die muni die ich auch nehme weißt du ja ich weiß aber ich finde irgendwie dass das selbstgebaute gewehr ich habe gefühlt dass es keinen schaden macht ja gut dann musst du mir aber kohle nitrit bringen damit ich schießpulver machen kann nitrat nicht nitrit was anderes ja ich bin dabei müsste wir kommen zurück los ja haben wir oben nicht noch schießpulver ähm nein okay ist jemand so nett und will vielleicht mal boost nahkampf machen wird diese tür da weg haben der müsste noch nicht gehen oder dürfte noch nicht gehen ich habe den noch erst gemacht so hat es jetzt gelohnt hier rein zu gehen ich bin nicht da geschmiedertes eisen zehn stück mein kopf ich bin nicht gelandet keine ahnung Eeeh-øh-øh-øh-øh-øh-øh... eklig, eklig, eklig... und seine den gekriegt oder es waren doch erst das sind doch sehr viele exp die ich kann von dir gekriegt nur kurz als bei mir geht es mir geht es gut also kannst du nicht weiter machen so ist es nicht das macht ziemlich knallhart aus ja natürlich ich bin eine frau was erwartet ich richte die youtube kommentare ich richte sie ich gucke einfach gar nicht und die trappe habe ich noch wenn dann brauche ich nur kohle ja kohle bin ich dabei gerade die ganze zeit zu snacken wird 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 irgendwie will ich steile sachen gar nicht tragen nicht ehrlich gesundheit Wann wieder Valo kommt, das ist schon mehrmals ab und zu mal wieder dazwischen gerutscht. Aber keine Sorge, ich habe auch selbst wieder Lust Valorant zu spielen. Wenn die Alte dich in Ruhe lässt mit... Also, Lucio, das was wir hier zurzeit machen, ist YouTube auch. Das ist nicht so einfach zocken für Twitch, sondern auch das wird für YouTube benutzt. Oh, Zement. Nein, ich habe Zement verschwendet. Ah! Au! Entschuldigung. Alles gut. Es kam gerade mir so erschrocken mäßig. Mein Ohr hat gerade geklingelt von meinem eigenen Why. Lucio, alles gut, dafür brauchst du doch nicht entschuldigen. Du kannst das ja nicht riechen. Alles gut. Willkommen im Club, Alter. Ah, das ist frustrierend. Und warum brauchen wir den Scheiß eigentlich für alles? Äh, Lucio, wenn du mir das gerade eben geschrieben hast, äh, ganz einfacher Tipps, sei für die Person da. Das kann ich dir gerade so, das habe ich gerade so aus dem Augenwinkel noch gelesen. Sei für die Person da. Ey, wenn es jetzt lieb wird, fange ich an zu heulen, bitte. Hm? Ich sage, wenn es jetzt lieb wird, dann fange ich an zu heulen. Nein! Nein, ich bin nicht tot. Ähm, nein, das wird jetzt, ich wollte da eh nicht weiter drauf eingehen. Wenn, dann mache ich das eh privat. Aber das kann ich so gerade mal so sagen. Wie geht's um Mieze Katz, Lucio? Weiß ich nicht. Keine Infos bekommen bis jetzt. Ja, aber das hat keine Infos, heißt, dass es auch keine schlechten Infos gibt. Es kann auch sein, dass meine Mutter mich davor wahren möchte, es mir zu sagen. Nein! Nein, 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 nein! Das ist keine Möglichkeit, das ist keine Option. Keine Infos, heißt es, ist auch noch nichts passiert. Äh, alles gut. Jenny hat gesprochen. Jetzt kann ich ja nicht, brauchst du eine eiserne Feuerwehrachse, Stufe 3? Nee, jetzt kann ich ja nicht. Ganz scheiße, warum du die mitnimmst. Ah, es ist mir mittlerweile besser gefüttert. ist ja nicht so als ob ich genau das gerade die ganze zeit suche aber wenn sich was ändert oder wenn es gut ist und ich Angst habe alles gut dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen aber du musst halt damit rechnen dass ich dir wirklich erst richtig antworten kann nach dem stream und nicht jetzt direkt im stream pause mache und mir die ganzen nachrichten durchlese also ich habe es dir angeboten dass ich mir das alles durchlese und so kein problem aber muss halt damit rechnen dass es erst später sein wird ich glaube lucio ist genauso wie ich so ein mensch ja eben so einfach jedes mal mit einer flasche auf dem kopf bomben muss wenn er sich entschuldigt obwohl es nichts zu entschuldigen gibt davon kenne ich zu viele menschen wir haben das wirklich jedes mal eine gebomb gekriegt weil ich entschuldigung was lucio gerade so ein chat schreibt ja ich hab delay ja alles gut aber ich bin ich bin auf meine community sehr sehr stolz wir haben fast die 100 aufrufe auf den word of tanks video bekommen das macht mich so meine community ihr seid so toll ihr seid so lieb klebeband ja für ungefähr alles gut habe ich jetzt gerade zwei gefunden ich weiß nicht wo ich bin aber es sieht komisch aus das war nacht hoch ja deswegen war ich noch nicht beim händlichen wollte die ganze zeit ich habe das natürlich mitbekommen ja das ist alles gut oder ich habe wieder eine nacht verschwendet scheiße meister verschwendet ich mache das was wir machen heute bluten bluten und level bluten und level malerpensel wofür brauchen malerpensel du kannst die blöcke anbauen aber wir haben schon eine dafür muss ich über farbe herstellen dafür bräuchte mich dazu die kann ich noch nicht bauen weil mir ein fucking messbecher dafür fehlt ja ist ja gut ja gut ich bin ja dabei ich suche jetzt weißt du auch was ich die ganze zeit fucking noch mal bauen willst ja das stimmt dann brauche ich halt unter anderem also auch noch für anderen shit so plus schießpulver ist da günstiger kleber weg klaste stände sind mir wichtiger kleber kann ich auch zu hause herstellen ja in der chemiestation am lagerfeuer auch ja chemiestation ist günstiger glaube ich kann schießpulver ja auch so herstellen du kleine fotze äh ähm 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 look at her look at her ich hab nix gesagt ich hab nix gesagt ich hab nix gesagt ich hab nix gehört könnte auch nicht liegen dass meine ohren zu sind aber ähm und das...... das kann keiner beweisen oh buy buy was ist los hey du schubst mich ich hab tausendzehn äh pflastersteine schon gesammelt also äh ja das ist super gut und jetzt kannst du auch wieder hinlegen thatís ich bedanke mich für diesen boost aber es vielleicht machbar wenn ich den aber auch dann sinnvoll nutzen könnte die gegner kriegt auch so platt aber ja das müsste ich so oft eigentlich machen ich habe flasche mit säure ja brauche ich auch noch für die station nein ich will gar nicht wissen ich würde es gar nicht wissen hallo hat er gerade mal gesagt ja hallo Nino, nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht. Was habe ich denn da noch vergessen? Malo, wo? Nein. Okay. Was denn? Ich habe es vergessen. Echt jetzt? Ja. Das ist ein Einer, der hat mich jetzt aus der Fasur gebracht. Oh, nein. Ich habe euch gerade alle nicht gesehen. Wie schnell seid ihr denn, ihr scheiß Zombies? Ich lasse die Base kurz alleine, ja? Wie kannst du noch? Unser Kind. Drei Trillionen Zombies, Alter. Was machst du in der Base? Ich will jetzt gar nicht wissen, was du da finden. Ich mache gar nichts. Ich muss ein bisschen Hexerei vertreten. Hexerei betrieben. Ja, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Ein bisschen Hexerei in Ehren kann niemand verwehren. Oh, ich habe nochmal pink gefunden. Äh, rosa. Rosa, was färbe ich rosa? Meine Schuhe. Nee, nee, nee. Tschüss, grüne Farbe. Hallo, Rosa. Gesandheit. Danke. Also, ich sage es auch noch einen ganzen Tag weiter. Das ist für mich kein Problem. Bleib liegen, Biker. Danke. Ich wusste ganz genau, dass da einer reich springt. Ich habe ein Jagdmesser. Gold. Wenn du in die Bühne schickst. Wenn du in die Bühne schickst. Tschüss, Knochenmesser. Jagdmesser gefällt mir. Wenn du in die Bühne schickst. Komm, wenn du in die Bühne schickst. Wenn du in die Bühne schickst. Wenn du in die Bühne schickst. Sagen hallo. Wir sind deine Freunde, du in die Bühne schickst. Musikatische Unterstützung. Ja. Und schief noch dazu. Ach, das ist schief, das lassen wir mal aus dem Fruch.